8. 10. 11. 11. 12. 13. 19. 18. 19. 21. 21. 21. 22. 22. 22. 23. 22. Oh. Yeah. Das ist alles. Bei dir. Mach noch mal ein Ö. 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 Okay, wir fangen beide mit so an, das kann ich mir merken. Ist das nicht egal? Nee, auf keinen Fall. Geht so weit? Mhm. Okay. Das würde mir Daniel fragen. Daniel, sind Pilze schlecht verdaulich? Und du? Dann haben die bei sich Äxte oder sonst irgendwas genommen. Ich habe übrigens diese schöne Autogrammkarte gesehen. Die gibt es jetzt im Handel zu kaufen. Für eine 9,99 Euro. Original signiert. Von Alex, dem mutigen Krieger. Limited Edition. Den Kopf dagegen. Du haust mir den Kopf dagegen. Making of. Pfanne im Gesicht, Teil 1. Was? Nee. Jaaaa! Oh, fuck. Und. Action! Oh, jetzt schwebt er. Das ist die Beschwerde-Cam. Im Puls. Beschweren Sie sich jetzt. Drei Tage kein Essen. Drei Tage kein Schlaf. Drei Tage nicht kacken. Das ist die Beschwerde-Kamera Teil 2. Beschweren Sie sich jetzt. Ja, man liegt nicht auf dem Waldboden und weiß nie, ob eigentlich eine richtig ekelige, fette, dicke, schmutzige Kellerasse gerade volle Kanne in die Po-Witze krabbelt. Ja, das ist alles und noch viel mehr. Elbenohren und leckere Menschenhaut, darauf habe ich immer gerne rumgekaut. Action. Streuner prügeln wütend durch den dunklen Wald, der Halbwort macht vor keiner Seele. Elbenohren und leckere Menschenhaut, darauf habe ich immer gerne rumgekaut. Hier mit Zauberstab auf einem Bogen werde ich zum Tier. Entschuldigung. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König der Lapa wär und meine Tonlage halten könnte. Ich drehe voll auf, stell mich jeder Gefahr auf Orks in Geister jedes Jahr. Das alles und noch viel mehr würde ich machen. Das funktioniert. Das alles und noch viel mehr. Ein, zwei, ein, zwei, drei. Das war zu gut. Hallo wieder. Ich will euch noch gegenüberstehen. Fuck. Wie heißt das? Aber nicht. Action. Sexy! Was hast du bloß aus diesem... I'm so excited and I just can't hide it. I'm about to lose control and I think I like it. Warte, bis ich auch ausgesungen hatte. Wir lassen uns das Singen nicht bieten. Das Singen nicht und auch die Fröhlichkeit. Man sollte Musik wirklich verbieten. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Ja, aber was sollte das Gesinge? Mh... 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 3... 2... 1... Action! Nie! Ich hab das gar nicht. Das ist moralisch. Was ist moralisch? Kinder im Fluss zu ertrinken. Was sollen wir sie denn sonst ertrinken? Wir wollen Gerechtigkeit. Wir gucken alle unter dich nur unter... Hör! Schau! Oh! 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 Du bereitest vor mir im Angesicht meiner Feinde einen Tisch. Und das war schlecht. Haha! Fiona? Du bist großartig! Du bist großartig! Ja! Du bist großartig! Fuss! So, Ladies! Und... Ja, wir brauchen noch ein bisschen an der Maske? Soll ja auch geil sein. Ja, genau! Achso! 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 Alles drin doch! Alles drin! Jawohl, Michael! Stimmt, aber steht da ohne Scheiße. Ja! Oder Yamaha? Seid ihr so weit? Ja! Der Kaiser steht in der Scheiße! Hahaha! Hahaha! Lebe lang und in Frieden! Warum ist der hier nicht in die Nase? Was? Sau! Aber das mal noch... Ich möchte gerne eine synthetische Aufmerksamkeit... Und... Alkohol ist nichts für euch Kinder! Larissa! Hast du mich jetzt dazu gehört, Larissa? Verdammt! Ich bin unterergerissen zwischen böse und gut vergreif... Versuch! Bitte ich die Love Story mir zu allein... Nochmal! Würde ich machen! Wenn ich Häuptling beim Larp hier wär! Was denn? Achso! Am lieben müssen wir raten alle lang! Mist! Außer dir! Nicht schlauer als alle! Fuck! Ich bin Korach! Der Fürst der Stadt Capitoni! Ich habe den Text vergessen! Wählt mich! Na schön! Ich vergebe dir! Du hast du so eine schreckliche Marierin! Waaah! Pfff! Pfff! Jetzt werde ich dich von deiner Rolle verraten! Ich werde jetzt klatsch werden! Ich werde ihn noch schlau! Ich bin in einem Uptling! Waaah, Alex! Läufige Rühnen! Schwamm drüber! Ich trinke erstmal einen... so einen Trink! Und das heißt, das nächste Jahr ziehen wir gegen die Orks? Röbte, geil, Alter! Wir kommen mit Schindigum! Dich! Geil, Alter! Wir ziehen gegen die Orks, ey! Geil, Alter! Wir ziehen gegen die Orks, ey! Geil, Alter! Geil, oh Mann! Jestuz! Nein, nein, nein. Lock sie mal rein, lock sie mal rein. Einkommen. Ja, aber komm ich erst mal noch rein, wegen Text und so. Das geht dann nachher noch weiter. Die Arena. Oh, die Arena. Action. Aha, ganz recht, hier gibt es Räuber und Hörder. Hoi Leute, da ist was Schlimmes passiert. Die Krieger von den Fürsten haben Fionner geschickt. Hörder. Hörder. Action. Hey, wie sind die da hingekommen? Hey. Hoi ho, wie sind die da hingekommen? Was hat denn für ein Problem? Der Huff, der zählt gerade seine Steckepumpe zusammen. So. Das wird eben so lustig. Hehehehe. Hehehehehe. Wuff, 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 wuff. Huh. Das ist zu viel. Und dann ziehen wir nächstes Jahr gegen die Orks? Ja geil man, wird sie gegen die Orks sein. Geil du Mat, auf ins nächste Abenteuer!